Elegant, geschmackvoll und immer top gestylt. Diese Bilder kommen uns in den Kopf, wenn wir an den Grimaldi-Clan denken. Besonders Fürst Albert und seine Chaleen sind das absolute Vorzeigepärchen, wenn es um die royale Etikette geht. Ob diese Aufnahme bei dem Fürstenpaar da wohl auf Zustimmung trifft? Auf dem Foto zu sehen ist nicht Adam, sondern Arjen, der Freund von Alberts Tochter Jasmine Grace. Dass das hier schnell verwechselt werden kann, ist aber kein Wunder. Denn Ayan zeigt sich splitterfasernackt im Adamskostüm. Und dieser Anblick wird mit Sicherheit nicht nur uns den Atem verschlagen. Ein perfekt geformtes Sixpack, Schlafzimmerblick und Wuschelhaare lassen da schon mal die Frage aufkommen, ob das alles wohl ein Traum ist. Dazu schreibt Ayan, hier ist ein seltener 6 Uhr Morgenschnappschuss. Man kann immer noch die Träume in meinen Augen sehen. Dass Jasmine da einen echten Glücksgriff gemacht hat, wird nicht nur bei dieser Aufnahme deutlich. Denn Ayan hat auch noch richtig Talent. Als echter Rockstar verzaubert er nämlich nicht nur mit seinem Aussehen, sondern auch mit seiner Stimme. Der Grund für diese hüllenlose Aufnahme ist übrigens ein etwas, naja, sagen wir, ungewöhnlicher. Ich fühle mich in letzter Zeit immer mehr mit der Erde verbunden, fügt Ayan seinem Posting hinzu. Ob da wohl ein Engel vom Himmel gefallen ist? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. inin Bis zum nächsten Mal.